UNTERTITELUNG Das... Das... Wenn mal ein bisschen her, du... Ja, äh... Ich schlaufe... Ich schlaufe... Was ist der Frank? Frank! Er ist wieder er... Ich schlaufe... Ich schlaufe... Ich schlaufe... Ich schlaufe... Okay... Ich schlaufe... Ich schlaufe... Tschüss... So... Tschüss... Wir begrüßen die Mannschaft von Boxberg-Weißwasser zum ersten Spiel in der neuen Meisterliga Äh... Auch auf einen spannenden, fernen Kampf Essen bringt sie wie gehabt... Äh... Dann würde ich euch bitten... Lara würde gerne noch mal eine Mannschaftsrunde von uns allen machen Lass mal dann... Dann noch mal alle auf die Bahn gehen... Ja... So, jetzt haben wir den ersten Rund... Ja... 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 Ausdruck... Ja... Nein... Ja... 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 ... der Dicke mit seinem Trainerchen... Sauerngünstler... So, ich fahre! Jetzt! Ja, ja, ja! Jawoll! Jetzt noch mal! Jawoll, Kocchi! Klasse! Das macht Kocchi! Der erste Männermeinschaft! Ja, das lassen wir schon! Durch haben wir die ganzen Kegler hier! Die ganzen! Durchsachen! Die Regler wollen alle wissen, ob du schon toll hast! Gut, vergeben! Liebe Kegler! Oh, das ist der erste now! Ja, ja! Gerade mit nach unten! Die Regler! Weil es sein kann gar nicht mehr! Nein, mir geht es nicht mehr! Ja! Achter! 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 Ganz kurz, die ersten 200er in der Meisterliga. Mit zufrieden. Mitteldurchgang, ganz gut. 8,33, 8,77. Dauer. Jetzt der letzte Durchgang. Oh, Juppie von hinten. Ich hab nur mal geschuckt, ich hab nur früher mit dir, aber rammert es nicht mehr. Allee! Allee! Zufrieden, Herr. Uh, das ist lustig. Jetzt versteht er. Ah! Wie kommt? Allee! Ach! ừng! US! Rechten das jetzt? Alles! Fatsch, leurs Liz. Das ist auch Robby. Jawolle Stempel! Jawolle Stempel! Kegeln kennen Sie nie, aber fressen können Sie. Kegeln kennen Sie. Ach so, Robby! Sepplo, super! Der letzte Wurf! Oha! Und das waren Sie! Ratho! In der Meisterliga ist Geschichte. Weißwasser hat uns in die Schranken gewiesen. Wir haben verdient gewonnen mit einem sehr guten Mannschafts-Ergebnis von 5.400 Holz. Bester Eissspieler bei den Gästen und gleichzeitig Tagesminister. Und heute ist der Sebastian mit sehr guten 877 Holz. Hörbick! 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 Läge die Jugend! Mit den Gastgebern der beste der Mit 860 Holz. Vielen Dank für den Sportlichen Kampf. Wie gesagt, war verdient. Kann man nicht anders sagen. Wir wünschen euch für die kommenden Spiele viel Erfolg. Mit Holz. Und den Stand zum Rückspiel. Vorweiter. Mit unserem Unter. Und für den offiziellen Teil und einem Heifer und GUT PALS.